An Ostern feiern Christen in aller Welt, dass Jesus nach seinem Tod am Kreuz auferstanden ist. Und so ist Ostern ein Fest der Hoffnung, dass unser Leben nicht mit dem Tod beendet ist, sondern der Tod über unser Leben hinaus zu einem Leben bei Gott führt. Das ist doch eine frohe Botschaft, die auch unserem irdischen Leben Sinn und Hoffnung gibt. In diesem Sinne frohe Ostern. .